Heute Vormittag führte Envia M. im Michaeliskindergarten in Aardorf einen Projekttag zum Thema Energie durch. Unter dem Motto Energie erleben, lernten Kinder das Einmaleins des Energiesparens und den richtigen Umgang mit Strom. Ziel des Projektes ist es, Kindergartenkinder im Vorschulalter näher zu bringen, dass Strom gefährlich sein kann, näher zu bringen, wo Strom herkommt. Und das ist so unser Haupteinliegen, dass wir das Thema Strom in die Kindergärten tragen. Kindergerecht natürlich. Und so macht ein Projekttag auch richtig Spaß. Das Projekt Energie erleben wird von der Envia M. Tochtergesellschaft Bildungszentrum Energie umgesetzt. Trainer André Wolf und drei Auszubildende verbanden geschickt Informationen mit Spaß und Spiel. Besonders das Kilowatschen hatten die Kinder schnell ins Herz geschlossen. Und am Schluss gab es dann noch ein Energiediplom und Geschenke.